Untertitelung des ZDF, 2020 Als Legende Boah, hast du einen winzigen Fuß? Ich glaub's nicht, es ist ein Smallfoot! Komm zurück! Hast du ihn nicht, oder? Doch, schon. Nein. Doch? Nein. Ich hab ihn gesehen. Er existiert nicht. Nimm die alberne Geschichte zurück und sag die Wahrheit. Ich, ähm, sag ja die Wahrheit. Wir glauben dir. Nietzsche? Willkommen beim SES. Steht für Smallfoot existiert, Stinker. Wir haben Beweise für Smallfoot's Existenz gesammelt. Sieh her. Die Rolle der unsichtbaren Weisheit. Stell dir mal die genialen Sachen vor, die da drauf kommen. Das beweist gar nichts. Ich weiß, was ich gesehen hab. Und ich werd's beweisen! Warte! Ah, er ist weg. Don't stop even! Oh, man. Oh, große Wahrheit! Ich sollte mich ihm vorstellen. Hi, ich bin... Es ist ein Yeti. Es ist ein Yeti. Es ist ein Yeti. Oh, du bist ja vielleicht putzig. Äh, Smallfoot? Oh, soll der einfach so rausfallen? Ich bin... Schreie! 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 Es ist ein Yeti. Oh, Gott! Don't stop believing! Schreie! All right! All right! Oh, Gott! Vielen Dank.